Lebenlos. Ich habe nicht lauter machen müssen, weil das ist so unglaublich flüsterleise. Und das macht, ich muss ja ehrlich sagen, es macht Spaß. Erstens mal, es geht unglaublich einfach von der Hand putzen als auch polieren. Schaut mal an, hier der Boden, wie stumpf der hier aussieht. Und jetzt hier neben, wo ich schon drüber gegangen bin, wie toll das hier glänzt, die wir hier dann noch nicht gereinigt haben. Schauen Sie mal hier, da ist alles noch matt. Und dann die Stellen, die wir schon gereinigt haben, wie das hier glänzt, wie das hier funkelt. Super schön. Und hier, das Gerät.